Ich bin Heidi Schlatter, komme aus der Schweiz. Ich bin eine Bauernfrau. Mein Mann und ich haben früher noch viele Tiere gemästet, Bullenmasch gehabt. Und dann hatten wir grosse Kinderschaft. Und so kam ich erst mit 50 Jahren zu Morinda. Ein Freund von unserer Familie hat uns angesprochen. Oh, das Noni täte euch gut. Probiert es, wenn ihr so viel arbeitet. Und dann haben wir es versucht. Und nach der ersten Flasche Noni habe ich gedacht, oh, da laufe ich nie weit. Das ist nicht so mein Ding. Und dann hat mein Mann aber gesagt, doch, ich brauche das. Ich brauche das jetzt schon. Und so ist dann langsam aber sicher, haben wir eine grössere Gruppe Menschen getroffen, die Noni durch uns beziehen wollten. Aber eigentlich der grosse Hit ist jetzt in der letzten Zeit passiert. Letzten Herbst. Wir konnten 200 Monatspackungen von diesem neuen Noni plus Kollagen einkaufen. Ich habe gesehen, dass es ein ganz anderes Verkaufspotenzial gibt als der Noni Saft. Denn den brauchen alle Leute eigentlich. Jungen für die Schönheit. Ältere sowieso auch. Aber insbesondere auch, was er bewirkt auf Beweglichkeit und Fitness und insbesondere auf Power. Alle haben mehr Power, die das konsumiert. Und so bin ich jetzt richtig begeistert, dass ich als einfache Bauernfrau, jetzt auch eingeladen werden darf. Hier auf den Alors. Das möchte ich jeder Frau empfehlen. Schaue, dass du so etwas machen kannst mit so einer wertvollen Firma. Schaue die Menschen an. Und dann siehst du, jeder Mensch würde diese Produkte dringend brauchen. Also ob es Noni-Kollagen oder Noni-Safe sind. Also die Hemana ist umfassend für den ganzen Körper. Und jeder Mensch braucht es. Vielleicht bin ich das. Du bist nehm. painstlichen Vielen Dank.